Herzlich Willkommen zum Kracher des 31. Spieltags zu der Partie unseres HSV gegen Werder Bremen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Iličević, Ivo Iličević, 1-0 HV, langer Ball für Unscher, da ist Unscher, der Anschluss. Langer Ball für den schnellen Müller, 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 er macht den Deckel drauf. Da ist Unscher zum Ersten, zum Zweiten, der Anschlusstreffer, Werder Bremen kommt zurück in diese Partie.